Ich gehe schon. Susanne! Hallo. Die Cafeteria hat es ihr als erwartet wieder rausgerückt. Ich dachte, ich bringe es schnell her. Schön, kommen Sie rein. Dass es so was gibt. Was für ein großartiges Haus. Da haben Sie recht. Wollen Sie sich mal ein bisschen umsehen? Es gibt hier viele schöne Dinge. Zum Beispiel die Gemälde. Oben hängt ein Renoir. Kommen Sie, ich führe Sie ein bisschen herum. Es wird Ihnen bestimmt gefallen. Ich weiß nicht. Sind Sie sicher, dass das geht? Also gut, ich werde Rosa fragen. Die Capwoods sind nicht da, aber ich bin sicher, das geht in Ordnung. Bis gleich. Wenn Sie meinen. Verzeihung, wenn ich anonym bleibe. Es genügt, wenn du weißt, dass ich dich liebe. Aber jedes weitere Wort wäre überflüssig. Mason hat aber nie gesagt, dass er mich liebt. Was ist denn da so interessant? Offensichtlich habe ich, Cassie, ohne dass ich es weiß, schon wieder Blumen geschehen. Wie romantisch du doch sein kannst. Und neugierig. Wer zum Teufel steckt dahinter? Gönn doch dem Verehrer sein kleines Geheimnis, Mason. Aber lass uns etwas. Hast du mit Julia gesprochen? Nein, ich werde Sie anrufen. Ich nehme an, dass jetzt Nichols bei ihr ist. Du wirst es an. Kümmere dich lieber darum, was da vorgeht. Das ist nicht leicht, wenn Sie nicht darüber sprechen. Mason, tu irgendetwas, wenn der Schill nun wieder... Ach, ich weiß auch nicht. Dann bringe ich ihn um. Eigentlich müsste ich glücklich über dein Geständnis sein. Ich sollte mich erleichtert fühlen. Alle Verdächtigungen mir gegenüber sind dadurch erledigt. Du sagst die Wahrheit. Ich glaube fast, du schämst dich, wie ich mich damals geschämt habe. Vielleicht sollte mich das freuen, aber... Aber weißt du, was ich fühle? Ich empfinde nichts weiter als eine unendliche Traurigkeit und große Leere. Ich glaube dir sogar deine Verzweiflung. Aber sie erreicht mich nicht. Und das ist noch schwerer zu ertragen als alles, was zwischen uns passiert ist. Der Kerl in der Bar. Hatte kein Unrechtsbewusstsein. Er presste einfach das Mädchen gegen. Den Billardtisch und... Und dachte, was für ein toller Kerl er wäre. Ich könnte ihn umbringen. Du hast mir sehr wehgetan. Ich konnte dich nicht vergessen. Diese Nacht und... Die Verhandlung, die Dinge, die ich unter Eid sagte. Und deine Verzweiflung, als das Urteil gesprochen wurde. Ich sah ein, dass das, was ich getan hatte... ...dir angetan hatte. ...falsch war? Ja. Ja. Ja, es... ...war wohl... ...eine Vergewaltigung. Ich konnte der Wahrheit wohl einfach nicht ins Gesicht sehen. Ich kannte sie ja nicht mal. Oder besser, ich wollte sie nicht kennen. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ja. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Sandra, Benedikt, Mr. Mark von der Sperma-Bank in Santa Barbara? Kommen Sie bitte. Sie hatten eine Frage wegen des Umbaus des Lockridge-Hauses. Ach ja, aber eigentlich ist es mehr eine Idee als eine Frage. Was? Ich dachte, wir beide könnten vielleicht beim Umbau des Lockridge-Hauses zusammenarbeiten. Das hat wirklich keinen Zweck. Sehen Sie, ich weiß, Sie konnten mich nicht besonders gut leiden und ich dachte, wenn wir an etwas zusammen... Nein, das ist nicht böse gemeint. Ich finde es sogar süß von Ihnen, aber ich habe weder mit dem Lockridge-Hauses noch mit dem Haushalt etwas zu tun. Aber eigenartig, ich dachte immer, Sie und Lionel hätten schon Pläne für den Umbau. Ja, das war mal. In grauer Vorzeit haben wir beide öfter mal viel Energie in die Umgestaltung des Hauses gesteckt. Es war wirklich aufregend, aber... Das ist Vergangenheit. Es ist alles vorbei und wie es scheint, haben ja inzwischen Sie die Quartiere übernommen. Ich? Ich? Oh, meinen Sie, das tut mir leid. Wirklich? Aber die Räumlichkeiten sind sehr komfortabel. Ich, ich wusste ja nicht, ich hatte keine Ahnung. Ich war immer der Meinung, Sie würden irgendwann wieder dort einziehen. Ha, das dachte ich auch. Aber bitte, bitte, das muss Ihnen nicht peinlich sein. Im Gegenteil, ich freue mich für Sie. Eigentlich war Mings ziemlich charmant zu mir. Ich war im Haus und habe gesehen, dass sie viele meiner Ideen zur Gestaltung für Lakens und Warrens Zimmer übernommen hat. Die Suite ist wunderschön. Denken Sie nur an die Enkelchen, die dort wohnen werden. Doch so viele werden es nicht werden, denn Warren wird sich noch lange nicht blicken lassen. Nur Gott allein weiß wohl, wo er sich zurzeit rumtreibt. Nicht Angst haben, will keinem auf Wecker fallen, aber... Kleine Frage, wenn Mr. Bronson Sie morgen umbringen, ich dann kein Unterhemd haben? Ist nachts immer kalt. Ich werde morgen gewinnen. Trotzdem kriegst du das hin. A- Ja. Tja Warren, kannst du es jetzt auch sofort verschaffen? Letzter, Wille und Testament. Also, das ist schön, dass du gerade kommst. Welch ein Zufall. Wir sprechen gerade über dich. Tatsächlich? Die Feuerwehr hat inzwischen die Brandursache festgestellt. Der Eindringling war offensichtlich sehr unvorsichtig. Sie sind zwar verkohlt, aber das Logo kann man noch lesen. Oh nein! Das sind ja tatsächlich Streichhölzer von hier. Schockierend, nicht wahr? Hoffentlich wird nicht der Ruf des Hotels dadurch beschmutzt, dass der Täter auch ausgerechnet unsere Streichhölzer benutzt hat. Es gab nicht nur einen Brand, Miss Blake. Es wurde auch was gestohlen. Was denn? Endliche Reagenzgläser fehlen. Oh, wirklich? Das ist ja unheimlich. Wer kann denn sowas gebrauchen? Sie finden das amüsant. Mr. Marx, glauben Sie mir, Sie haben die volle Unterstützung unseres gesamten Unternehmens. Wenn Sie gestatten, möchte ich jetzt mit Miss Blake ein paar Worte allein sprechen. Ich überlasse die Angelegenheit ganz Ihnen, Mr. Capua. Ich weiß, das ist irrational, aber ich mag dem Mann nicht die Hand geben. Dann mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Wir müssen uns unterhalten. Ist noch was? Eines der verschwundenen Reagenzgläser, Gina, war meins. Oh nein. Das ist ja furchtbar. Du musst dich schrecklich fühlen. Hör auf, Gina. Wir beide wissen, was passiert ist. Ich war's nicht. Ach, komm schon. Ich weiß, du wolltest dir Geld leihen, um Sperma zu kaufen. Und du hast es nicht bekommen. Du hast auch mein genetisches Profil abgeschrieben. Und deine Handtasche war immer voller Trockeneis. Was? Das hat nichts damit zu tun. Das mag die Polizei alles rausfinden. Aber ich werde dich nicht anzeigen. Ich werde dir das Genick brechen. Oh ja, ich, ähm... Ich hab gerade diese schöne Figur bewundet. Kein besonders wertvolles Stück, sicher, aber sie gefällt mir sehr. Wirklich. Miss Capwell sagte mir, dass Ihnen die Figur gehörte. Der toten Tochter? Genau. Ich hab Rosa gefragt und sie hält es für keine gute Idee, dass ich Ihnen das Haus zeige, wenn die Capwells nicht da sind. Es tut mir leid. Ist schon gut. Das verstehe ich doch. Sie müssen glücklich sein, in so einem Haus wohnen zu dürfen. Es ist voller Traurigkeit. Wegen des Todesfalles. Ja. Ich werde dann das Bild an Cruise weiterleiten. Sie wissen schon, Edens Mann. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen wird. Das glaube ich bestimmt. Also dann auf der Seele... Ich hab Strudel gebacken. Möchten Sie mal kosten? Wirklich? Sie haben selbst gebacken? Da kann ich nicht Nein sagen. Rosa wird Ihnen gefallen. Sie war meine erste Freundin hier. Zwischen Daddy und dir läuft es wieder besser? Ja, so ist es. Und du bist daran nicht ganz unschuldig. Nein, es hat nur Zeit gebraucht. Oh mein Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Wird Ihnen das nicht zu viel unterrichten und dann auch noch zu studieren? Nein, mir gefällt's. Ihnen nicht? Ich male lieber selbst, als anderen Leuten zu zeigen, wie es geht. Verstehe. Schmeckt hervorragend. Hallo, Katharina. Haben Sie Zeit? Hallo. Amado, das ist meine Freundin Cisanne Collier. Wir kennen uns von der Universität. Hallo. Hallo. Amado, ist irgendwas? Nein, es ist nur, Ihre Freundin erinnert mich sehr an eine gute Bekannte, die ich mal hatte. Ich hab gedacht, dass Sie mit mir flirten wollen. Wissen Sie, zu Hause, bei uns im Süden geschieht mir das ständig. Ich sollte nicht so misstrauisch sein. Aha. Aber die Capwells haben Sie noch nicht gesehen? Nein, Sie sind leider nicht hier. Schade. Ich würde Sie gern kennenlernen. Ja. Eigentlich wollte ich nur Sie ausführen, Katharina, aber jetzt sind Sie nicht allein. Wieso gehen wir nicht zusammen in die Oase? Heute soll da nämlich eine gute Band spielen. Aber ist die Oase nicht viel zu teuer für uns? Was soll's? Wir werden uns großartig amüsieren. Kommen Sie bitte. Los, kommen Sie. Auf geht's. Darf ich Ihnen die Tür öffnen? Meine Kutsche wartet auf Sie. Also, Mason, du beleidigst mich. Es tut mir weh, dass du mir nicht traust. Tu dich. Du brauchst nur die Tasche zu öffnen. Du verlangst, dass ich die Tasche öffne, überhaupt ist aber, dass du mir vertraust? Dann beweis mir doch, dass ich ein misstrauischer Kerl bin und öffne deine Tasche. Nein. Nein, ich wurde in meinem Leben schon oft genug durchsucht. Die Antwort ist nein. Da fällt mir ein, außer meinem sind noch andere Gläser verschwunden. Ach, wirklich? Wirklich. Und seit dem Diebstahl ist so viel Zeit vergangen, dass der Eindringling sich wohl das Diebesgut inzwischen einverleibt haben könnte, wenn er jemanden findet, der ihm hilft. Aha, dazu braucht man doch kein Candlelight Dinner oder ein... Dazu braucht man doch kein Candlelight Dinner oder ein Wasser. Verdammt, Gina, welches hast du benutzt? Gar keins. Ich war's nicht. Auch wenn du mir nicht glaubst, wie kommst du überhaupt darauf? Du hast mein Eigentum gestohlen. Ich will wissen, ob du's auch benutzt hast. Nein, ich meine, ich war's nicht. Willst du 500? Oder 1000? Ich will wissen, wer der Vater sein wird. 1000? 2. Nee, ich kann nicht. Ich kann dir dazu nichts sagen. Ich weiß gar nichts darüber. Gina, stell dich nicht dumm. Ich weiß, du hast sie gestohlen. Was denkst du dir? Ich hab keine Angst. Vielleicht... Vielleicht war's ja eine Gruppe von Frauen in Australien. Da passiert so etwas ständig. Ich hab davon... Ich krieg's raus, was du getan hast. Und wenn ich dich dafür feuern müsste... Das wirst du doch nicht tun. War's ab. Was ist los? Was soll sein? Du wirst zu angespannt. Das war heute nicht mein Tag. So, was soll's geben? Hast du die Blumen gesehen? Wunderschön, nicht? Ja, das sind sie. Sie passen zu dir. Katharina, wissen Sie etwas über das Bild hier? Ja, meine Freundin Susanne hat es gemalt. Ist es nicht wunderschön? Sie wissen, wer das gemalt hat, Katharina? Ja, Susanne, sie ist in der Küche. Wir wollten gerade ausgehen. Möchten Sie sie kennenlernen? Nein, ich würde... Ich würde gern wissen, warum jemand so etwas in meinem Wohnzimmer abstellt. Es ist für Cruz. Cruz? Ja, er hat es gekauft. Cruz hat dieses Bild gekauft? Ja, er bat mich, es für ihn zu kaufen. Was ist damit bitte? Ach, nichts. Ich... Ich... Ich bin nur... Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Hab ich was falsch gemacht? Nein, nein, natürlich nicht. Wir... Wir möchten jetzt eigentlich gehen. Möchten Sie Susanne vielleicht kennenlernen? Nein, nein, jetzt nicht, danke. Gut, dann vielleicht ja ein anderes Mal. Ja, ein anderes Mal. Viel Spaß, Katharina. Danke. Wieso malt jemand... ein Bild von der Klippe, von der Eden gestürzt ist? Ich weiß es nicht, Mama. Warum will Cruz unbedingt daran erinnert werden? Fragen wir ihn. Nein. Ich werde mit dieser Malerin... Kina, Mama, ich hatte das für keine gute Idee. Doch nicht... Katharina! Du bist so aufgeregt. Ich weiß nicht, wie ich damit weiterleben soll. Ich weiß nicht, wie ich damit weiterleben soll. Ich schäme mich so dafür, was ich dir angetan habe. Was die Verhandlung dir angetan hat. Mein Leben war in letzter Zeit die Hölle. Deins muss noch viel schlimmer gewesen sein. Mir ist klar, dass du mir nie vergeben wirst. Ich habe darauf auch kein Anrecht. Damit kann ich leben. Damit muss ich leben. Ich werde dir nie wieder unter die Augen treten. Was bin ich für ein Mensch? Das ist gut, dass sie weg ist. sind. Du bist zu aufgeregt, um mit der Frau zu reden, die das Bild gemalt hat. Ich verstehe einfach nicht, weshalb Cruz so etwas haben möchte. Jemand zu Hause? Oh nein, also den will ich jetzt nicht sehen. Ich bin im Arbeitszimmer. Ja, gut. Hallo. Hallo. Das ist ja eine Überraschung. Aber eigentlich will ich zum Chef des Hauses. Habe ich denn Glück? Nein, musst du ihn denn sprechen? Ich wollte ihm diese Papiere bringen. Das sind die Verträge des geplatzten Oaseverkaufs. Ich gebe sie ihm. Gut. Sind die Zinszahlungen auch da drin? Ja, ganz obendrauf. Redet er jetzt bei solchen Projekten mit dir über Zinszahlungen? Ja. Du arbeitest für ihn, was? Manchmal ein bisschen. Ich helfe ihm. Halbtags, weißt du? Toll. Ich bin sozusagen die neue Chefin. Viel Glück, Kelly. Du findest es unmöglich. Ich habe kein Wort gesagt. Musst du auch gar nicht. Dein Gesichtsausdruck verrät dich. Wie? Mein Gesichtsausdruck verrät dir sowas? Wenn du dich freust, freue ich mich auch. Ja, ich freue mich. Außerdem brauche ich Ablenkung. Jetzt habe ich sie. Ja, ich weiß, Kelly. Wir alle empfinden eine große Lehre. Vielleicht hättest du doch lieber... Ich hätte was? Na ja, du hättest doch auch in der Zeitung was finden können. Aber ich will hier arbeiten. Okay? Jeder kann es hören. Ich arbeite für meinen Vater. Ich bin traurig. Es macht mir Kopfschmerzen, wenn jemand, den ich gern habe, in Sissi Käpfels Fänge gerät. Mesen, bitte. Wir müssen nicht streiten. Lass uns über etwas anderes reden. Wir sollten nicht dauernd über Daddy herfallen. Wie du willst. Gut. Wieso arbeitest du nicht für mich? Ich würde dich auch viel besser bezahlen. Und du müsstest nicht dauernd vor mir auf die Knie fallen. Nur ab und zu mal. Mesen, ich falle nicht dann dauernd vor Daddy auf die Knie. Ich dachte, wir wollten nicht mehr darüber reden. War ja nur ein Versuch. Danke. Das ist sehr nett von dir. Aber nein. Du hättest deinen eigenen Sekretär. Süß, dumm und muskulös. Hör auf. Ich finde es gut, wie es jetzt ist. Findest du? Ich weiß, dass Daddy es früher mit der Kontrolle übertrieben hat. Und das ist jetzt vorbei. Hat er sich so geändert? Nein, er nicht. Aber ich habe mich verändert. Ich hoffe, dass ich nie wieder in eine dumme Situation gerate, aus der er mich rettet. Alles wird gut werden. Gute Idee. Außerdem werde ich in absehbarer Zeit keinen Mann mehr ansehen. Du kannst es mir glauben. Ich werde nur noch arbeiten. Weißt du, Männer sind das Letzte. Wahrscheinlich werde ich als alte Jung verändern. Oh, Kelly. Weißt du, was ich mir für dich wünsche? Ich möchte nur, dass du glücklich wirst. Ganz Ich weiß. Wir können uns auch in ihrer Muttersprache unterhalten. Ja, es ist wirklich eine schreckliche Hitze. Nur in Delhi ist es jetzt noch heißer. Ich weiß, ich war gerade da. Sie kommen von da? Es gibt doch nämlich jetzt nicht gerade viele Touristen. Tja, bevor ich hierher kam, war ich so etwas wie ein Fotograf. Ich habe das letzte Foto von Rajiv Gandhi gemacht, bevor er ermordet wurde. Schande, er war so jung. Soll ich jetzt beeindruckt sein? Natürlich. Und was bringt Sie in dieses Fünf-Sterne-Hotel? Ich bin Professor, nein, war Professor für politische Wissenschaften. Aber leider hatte ich zu viel Kontakt zu politischen Außenseitern hier in Bangkok. Und wie es so geht, war ich hier drin. Es ist nicht gerade das Hilton, nicht wahr? Doch, ernsthaft. Ich denke dauernd nach, ob ich Ihnen nicht helfen kann, wenn dieser Bronson Ihnen morgen auf den Pelz rückt. Haben Sie eine Kanone? Nein. Wahrscheinlich kann mir da niemand helfen. Ratschläge gab's genug. Zum Beispiel, gib ihm, was er will. Sonst bringt er dich um. Wenn Sie meine Meinung hören wollen, geben Sie ihm den Ring. Den will er doch haben, oder? Nein. Nein, den Ring kriegt er nicht. Ein Leben für einen Ring? Es ist doch sinnlos. Sie machen doch sonst einen ganz vernünftigen Eindruck. Ich habe den Ring von einer Frau. Ich konnte ohne sie nicht leben. Und ich möchte ihn zu meiner Hinrichtung tragen. Genau das wollte ich nicht. Ich würde dir gern verzeihen. Doch ich weiß nicht, ob ich das kann. Schon gut. Vielleicht wirst du es ja nie können. Nein, vielleicht tatsächlich nie. Verdammt. Julia, hier ist Augusta. Was ist los? Ich habe die ganze Zeit auf etwas gewartet. Und jetzt weiß ich worauf. Mir ist klar, dass ich eine Entschuldigung wollte. Ich glaube dir, Dash. Und jetzt... sollte ich dich zur Hölle schicken. Lass mich dich nur noch etwas fragen. Vielleicht... Vielleicht... Vielleicht kannst du mir sagen... Ob... ...du... ...dich... ...noch an deine ersten Gefühle für mich erinnerst. Ich habe dich wirklich geliebt. Ich habe dich wirklich geliebt. Konntest du damals an uns glauben? Es war doch... ...nicht alles nur schlecht. Die Enttäuschung für mich war schrecklich. Wussten Sie das nicht? Woher sollte sie? So lange ist sie doch noch nicht hier. Ach, schön, dass wir hier sind. Heute Abend wollte ich nicht zu Hause bleiben. Wir werden uns kräftig amüsieren, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass du trotz Mason ausgerechnet hierher wolltest. Ach, Liebling, wenn ich Mason treffe, dann treffe ich ihn eben. Ich komme schon mit ihm aus. Dass wir Cassie treffen, kann ich garantieren. Ja, sie telefoniert mal wieder. Ich kenne sie gar nicht anders. Hallo. Versuchen wir sie zu überreden. Ihr könnt ein bisschen Entspannung gut tun. Versuchen wir es. Was für eine Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass ihr heute kommen wolltet. Hallo, Kelly. Schön, dich zu sehen. Wir wollen heute einen wunderschönen Frauenabend machen und hätten dich zu gern dabei. Oh, das ist schade. Ich muss arbeiten. Gut, aber ein Glas Wein kannst du mit uns trinken. Das ist Kundenbetreuung. Nicht schlecht. Also gut. Die ist wunderschön. Sicher von einem Verehrer, oder? Ach, nur zur Verschönerung des Ambientes. So, so. Bestell schon mal den Wein. Ich komme gleich. Ich muss nur noch mal telefonieren. Nimm mein Telefon. Sehr schön. Schon gut. Entschuldigen Sie mich für einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. Sie finden im Foyer, was Sie suchen. Danke. Mama? Ist irgendwas? Ich will nach Hause. Kommst du mit? Ich... Ich... Nein, gehen wir. Julia, mach die Tür! Alles in Ordnung? Ja. Warum lassen Sie sie nicht in Ruhe? Augusta, ich bin hier, um die Wahrheit zu sagen. Und die wäre? Ich hab... Julia vergewaltigt. Mein Gott. Was soll ich dazu sagen? Du musst jetzt keine großen Worte finden. Bist du okay? Okay. Ich rufe dich nachher an. Ist dir das recht? Bis dann. Tut mir leid für dich. Es ist gut so. Es ist gut so. Sie wird es allen erzählen. Jetzt weiß es bald die ganze Stadt. Es ist gut so. Alle wissen dadurch, dass du immer die Wahrheit gesagt hast. Ich weiß nicht, wie ich das jemals wieder gut machen kann. Aber ich werde es versuchen. Ja, Reitung. Schon ein Buller. Alles bleibt wie besprochen. Danke, Doktor. Ich komme dann morgen wie verabredet. Keine Sorge. Ich bin pünktlich. Ich bin superpünktlich. Ich bin superpünktlich. Ich bin superpünktlich. Oh, Cassie. Cassie, ich brauche Ihre Hilfe. Ja, gleich einen Moment. Also, ich wurde gerade angerufen. Und Sie werden es nicht glauben. Ich muss morgen freinnehmen. Mein Onkel. Verstehe. Er ist nicht mein richtiger Onkel. Er hat diesen völlig verrückten... Was? Ich sagte, in Ordnung. Sie können den Tag frei haben, kein Problem. Sie machen doch sonst immer so ein Theater. Sie haben Glück, ich habe heute ausnahmsweise mal gute Laune. Ja, so geht's mir auch. So geht's mir auch. Und jetzt rum. Und dann so. Und wieder so. Und dann. Ich habe nicht viel Übung. Ich glaube, ich lerne das nicht. Doch, Sie haben ja ein super Leben. Gut. Und jetzt werde ich uns noch ein paar Drinks holen. Wie ist dieser Marduk? Er hat so viel Temperament. Ich finde, er ist so natürlich. Das gefällt mir. So temperamentvoll hat noch kein Mann mit mir getanzt. Er beeindruckt Sie, was? Ein bisschen. Er ist lustig. Haben Sie schon einen Freund? Keinen richtigen. Was festes will ich nicht. Wartet man nicht immer auf den richtigen? Ja, Sie haben recht. Irgendwie schon. Eine Beziehung kann sehr aufregend sein und ein Leben total verändern. Ich hoffe, der Richtige kommt bald aus seinem Versteck und findet mich. Mom, du hast auf dem ganzen Weg nach Hause kein Wort gesagt. Was ist los? Es ist weiter nichts. Tut mir leid. Weißt du was? Ich werde uns beiden einen Tee machen und dann erzählst du mir, was war. Na gut. Okay. Okay. Oh, Mann. Du, jetzt nichts Unüberlegtes. Das wird sich finden. Das Urteil der Verhandlung war für dich eine Beleidigung. Alle haben gedacht, du spielst dich nur auf. Und ich dachte so ähnlich. Doch jetzt weiß ich es besser. Na schön, das ist immerhin ein Anfang. Das hoffe ich. Aber du hast mich auf eine Idee gebracht. Vorhin, als Augusta hier war, meintest du, sie würde es allen erzählen. Genau das werde ich auch tun. Du hast noch nicht gesagt, was du jetzt machst. Julia. Gute Nacht. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Lassen Sie sich bitte nicht stören. Es war wunderschön, aber ich muss leider morgen wieder früh raus. Wir können uns ja mal wieder treffen. Das Bild werde ich an Cruise weiter. Schön und danke für die Einladung. Es war toll. Sehen wir uns demnächst? Wieso nicht? Wiedersehen. Wiedersehen. Sie ist richtig nett, nicht? Was ist? Mögen Sie sie nicht? Nein, nein. Doch, doch. Ich mag sie. Irgendjemandem ähnelt sie. Darf man abklatschen? Aber natürlich. Ich hole uns was zu trinken. Bis gleich. Danke sehr. Sie leuchten, als hätten sie Mondstrahlen verschluckt. Das macht wohl das Licht. Das weiß ich besser. So was kommt von innen. Und zwar dann, wenn man glücklich ist. Hab ich recht? Großartig. Oh, Katharina. Das wär's. Vielen Dank. Das ist deine Ursache. Triff mich morgen. Raffles Bar Singapur. Ein Uhr. Große Überraschung. In Singapur? Entschuldigung, ich hab zwei linke Füße. Das war... Die Mondstrahlen blenden nicht immer noch. Tatsächlich? Entschuldigen Sie, meine Herrschaften. Darf ich kurz mal stören, Mason? Natürlich. Das hier hab ich eben bekommen. Du weißt, was es ist. Ich werde da sein. Singapur ist wunderschön um diese Jahreszeit. Singapur? Was kann sie denn damit meinen? Was kann sie denn damit meinen? Die Geschenke konnte ich noch abschicken, bevor ich ins Gefängnis kam. Es muss dir wie ein grausamer Scherz vorkommen, wenn du das liest. Nun verstehst du, warum ich dich in Singapur nicht treffen könnte. Verzeih mir, dass aus unserem Rendezvous nichts wurde. Ihr Cocktail, bitte. Mein Gott, das ist von Warren. Mom, es tut mir leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Verzeih mir und komm bitte am 4. Juli nach Singapur. Ich erwarte dich im Refers. 13 Uhr. Dann werde ich dir die Frau meines Lebens vorstellen. Komm unbedingt. Ich freue mich auf dich. Ja, bei mir sind gleich Peter und Annett zu Gast. Die beiden sind seit kurzem verheiratet, auch so richtig verliebt. Aber die beiden haben ein Problem. Annett ist nämlich richtig eifersüchtig. Und das gibt Probleme innerhalb der Beziehung. Wir haben Paare eingeladen, die wirkliche Beziehungsprobleme haben. Natürlich Experten, die ein paar Tipps geben können. Heute um 14 Uhr, wenn es heißt, so könnt ihr eure Beziehung retten. Bis zum nächsten Mal.